Als nächstes die Kämpferband Tyson und Ünal in den Ring. Vielen Dank. Vielen Dank. Dieser Kampf ist ja ohne Wertung. Weil die anderen sehen, dass wir eben so oder so. Das ist doch schon gesagt, dass man beschadet. Und dann kann einer von euch hier nachher zusammenrautig hier runter machen. Was ist ja ohne Wertung? Und dann kann ich das machen. Vielen Dank. 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 ... 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